Blettenberg von der Sportbildschirm Herr Freitenreiter hat ganz kurz gefragt, wie viele Punkte nimmt ihr aus München mit? Ein oder zwei? Wir fahren nach München, um dort unser bestes abzuliefern. Das ist für uns ein besonderes Spiel, denn es war lange Zeit in der letzten Saison eine große Motivation, nachdem wir bei 1860 eingelaufen sind, das Stadion blau war und 20.000 Zuschauer da waren, dass wir unbedingt da einlaufen wollen, wenn das Stadion oben leuchtet und es voll ist. Und deswegen wollen wir dieses Spiel einfach nur genießen und versuchen unser Bestes zu geben. Und das Ergebnis ist, dass man nicht am besten schnell entscheidet.